Finde ich lustig, wie menschlich die auch fast reagieren, oder fast menschlich. Dass sie sagen so, hm, ja, überaktive Sensoren, ja, gut. Was? Studentenverzeichnis. Was? Ach du Scheiße, ey. Ähm, gut. Liebe Leute, ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es hier ein bisschen dunkler ist. Wir schleichen hier mal. Kleine Babyflasche. Die bekomme ich noch nicht auf. Knackergoss. Hallo. Hallo? Wo ist hier jemand? Sicherheit zur Experte. Achso, die Meisterschlösser kann ich nicht öffnen. Komm her, so. Lass mich essen. Keinen Feind entdeckt. Okay. Immer schön mit Wetz abklicken. Meine Leute, ah ja. Bäh. Ja. Sensor meldet feindliche Präsenz. Psch. Ich mach die Tür mal zu. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Okay. Achso, der Verschlösser ist im Eimer. Gut. Oh Gott. Ich trage zu viel, ich weiß. Schöne Somelette. Ich. Ih. Da krieg ich ja noch ein bisschen. Gut. Schleichen wir hier mal ein bisschen weiter. Ich tue auch nochmal F5. Bei wegen. Ist hier ein böses Viech? Nö. Gut. Der Fisch sieht ja lecker aus. Och du Scheiße. Und tschüss. Ach. Ah. Ah, nö. Moment. Uah. Wo will denn der jetzt hin? Wo will denn der jetzt hin? Ähm. Mutti? Ich hab ein bisschen Angst. Oder haut der jetzt den Zünd kaputt? Ach du Scheiße. Na gut. Okay. Tschüss. Ich verpinkel mich hier. Ich hau hier ab. Ich weiß. Ich trage zu viel. Ich kann nicht rennen. Kann nicht hier raus. Irgendwo. Äh. Ich hoffe mal. Hm. Nein. Klick, klick. Gut. Cool. Bewegung entdeckt. Selbst bei... Ach, da. Pam. So. Voll aufladen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. Einmal Witz. Wo ist er denn? Ach da. Pams. Schrott. Kollege, du bist Altmetall. Fusionszellen. Fusionskerne wären mal super. Automatisch. Nuka-Cola. Oh Mann. Meine Güte, nehmen wir mal mit. Ei, 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 ei. Hier liegt der Klumpatsch rum. Super, Kleber. Ach, Mann. Ja. Kleberwand nehmen wir mit. Wollte ich nicht eigentlich schon eine Aufnahmepause, äh, längst eine Aufnahmepause gemacht haben? Ach, Mann, oh, Zigarrenkiste, Telefon, H-Klammerbox. Oh, na, H-Klammer, ei, ei. Schere brauchen wir nicht. Ähm. Munition. Munition. Geralt's Terminal. Okay. Aber ich kann einen Schlüssel. What? Oh, no. Es macht so einen Spaß. Endet. Sides ist es nicht so lang. Caves. Auch nicht. Hm. Power ended ist es nicht. Cases. Auch nicht, schade. Egal. Äh, Hund, wo bist du da? Handeln. Ja, ich weiß, das magst du nicht. Äh, Mods, Schrott. Flup, 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 flup. Ähm. Raketenwerfer. So. Äh, liebe Leutchen. What the fuck? What the fuck? Ich esse ziel. Oh, 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 oh. Oh, na, 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 na. Na, komm her. Scheiße. Okay. Schlagstopp. Wer hat denn nicht drauf? Brennstoff. Ich merke schon, ich werde gleich schon wieder zu schwer, ne. Kleber warm, superkleber. Her damit. Munitionskiste. Nein. Nein. Geschafft. Geschafft. Gleisbolzen. Okay. Hier gibt es anscheinend nochmal eine richtig geile Wumme. Aber, liebe Leutchen. Ich verpinkel mich mal nach draußen. Und dann gehen wir zur Red Rocket Station. Denn, ich gehe mal bei und, äh, zähle ich ein paar Waffen, ein paar Rüstungsgegenstände und sowas. Ich hoffe, oh, okay. Oh, unser Hundi ist Eis. Und wieder aufgetaut. Okay. Fusionskern. Achso. Dip, dip. Alter, Fusionskern noch. Fuggiesgeld. Nee, ich habe hier. Okay. Liebe Leutchen. Wir machen da gleich, äh, nachher weiter. Sag ich mal. Moment. Der Raum ist größer. Da eine verschlossene Tür ist. Ja, okay. Dann machen wir das. Wir machen noch dieses Schloss. Und dann mache ich aber wirklich eine Aufnahme... ...päuschen. Alter, die Optik. Ähm. Held. Okay. Ähm. Horn? Auch nicht. Gut, dann suchen wir mal nach... Nein. Heck. Wörtern. Zack. Das noch. Da sind wieder viele. Used. Nicht für mich benutzt. Fold. Gefaltet. Gefaltet. Falt dich zusammen. Äh. Ist hier unten vielleicht noch was. Form. Ah, hier, da war eins. Da denke ich mir immer... Zum Glück bin ich kein Consolero. Äh. Base. Eintreffer. Äh. Fold. Used. Nein. Oh, Mann. Ich will nur wissen, was dahinter ist. Der Raum scheint ja größer als er eigentlich ist. Okay. Hard. Zack. Hier nimm mal. Hard. Null. Gut. Der hat nichts. Jetzt geht's aber wieder auf Suche. Hang the Planet. Boy. Ne. Da sind ja keine Treffer drin. Äh. Da, 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 da. Fall. Auch nicht. Node. Auch nicht. Gut. Äh. Langes Teil. Oh, toll. Hm. Fall ist nicht. Da will keine Übereinstimmung. Boar. Äh. Hm. Reds. Plus. Zwei. Gut. Plan. Und Width. Says. Das kann's ja eigentlich auch nicht sein. Plus. Jane. Worry. Rats. Boar. Also plus. Das P. L. Und. Ja. P. L. U. S. Alle drei könnten. Passen. H. A. R. D. Ist es nicht. N. O. T. E. Plan ist es schon mal nicht. Ach da seins. Zack. Zwei Smiley ist cool. Okay. Da man mal genauer hingeguckt hat. Ihr könnt ja eben wieder zurückspulen. Äh. Plan. Zu plus. Chain. With. Könnte es sein. Nein. Äh. Mano. Ey. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich so sehr. Dass ich sogar die. Lampe anmach. Äh. Was macht er da? Okay. Roat. Nein. Head. Warum kann ich da nicht irgendwie Versuche zu besetzen lassen? So ein Scheiß. Kept. Tarp. Da ist noch eins. Gibt es da nicht irgendwie so ein Bundesland? Oder ne Quatsch. Äh. So ein. Dorf oder sowas. Oder ein Städtchen. Das Tarp heißt. Ne Tarp. T-A-A-B. Da ist wieder eins. Have. Ja. Ich weiß. Menü. Oh. Ist nix. Road. Na. Den. Cold. Alter. Raid. Eintreffer. Das wäre es. Ha. Ha. Das war. Das war jetzt einfach nur stumpf drauf. Ha. Ha. Geil. Okay. Er regelt die Tür. Schön. Alter. Ernsthaft. Noch so ein Ding. Also. Dieser. Radio Center hier. Wir haben. Okay. Alles aufverbrochen. Forkis Geld. Forkis Geld. Forkis. Nichts drin. Gut. Dann gehen wir nochmal raus ins Commonwealth. Jetzt aber wirklich zurück. Och. Du Scheiße. Haben wir viel entdeckt? So. Karte. Ach. Universität. Okay. Da ist damit City. Alter. Wie weit wir runter gegangen sind. Wir sind ja fast auf Ende der Karte. Uiuiui. Okay. Sanctuary. Red Rocket. Ja. Reisen wir da hin. Und danach werde ich erstmal abspeichern und sagen. Liebe Leutchen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ansonsten eben halt nicht. Huch. Dann lasst es bleiben. Ist ja wie immer euch überlassen. Und dann würde ich sagen. So. Raus da. Und dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Geri. Tschüss. Gib mir ein Läubchen nach oben. Tschüss.